Kampfrichter haben es anders gesehen. So, und hier kommt Oliver Lewandowski. Ob das der kleine Bruder von Robert ist? Ich bin der Sieger. Doppelschraube, Strecksalto. Schön. Zweieinhalb Schraube rückwärts. Gut gelandet. Strecksalto. Super, das ist gut, wir können jetzt haben wir auch schon einen. Und auch noch ein Großkontag. Und die Widerwälder, das ist natürlich so gemacht. Spagat. Ich denke mal zum Schweizer, den wir jetzt hier gleich sehen werden. Wieder die nicht-akubatische Sequenz. Und ich denke mal, jetzt kommt auch schon seine letzte Bahn. Jetzt sehen wir einen Doppelschraube rückwärts, genau in Stand. Wirklich gute Übung. Wenig Standfehler. Ich denke mal, das wird auch eine sehr gute Wertung geben. Also was ich ganz spannend finde, Felix, ist ja tatsächlich, wir sehen hier, sag ich mal, unterschiedliche Altersklassen. Wenn ich hier neben mir das Alter der Athleten habe, ist teilweise gar nicht richtig zu erkennen, wer ist jetzt der Jung, wer ist der Ältere oder wie alt sind die eigentlich. Manche sind klein, schmächtig, groß, muskulös. Man sieht alles Mögliche, weil die Jungs eben in einer unterschiedlichen Pubertätsphase sind. Was bedeutet das im Trainingsprozess? Also man hat ja nachher ein Team, sind womöglich alle gleich alt, aber jeder hat extrem unterschiedliche körperliche Eigenschaften als Trainer. Wie war das bei dir? Also gab es bei dir einen Moment, wo du dich so entwickelt hast, dass du gesagt hast, okay, jetzt geht es vorwärts oder war es bei dir relativ lange, bis du, sag ich mal, auch eine entsprechende Muskulatur entwickelt hast, die man fürs Turnen einfach braucht? Also ich glaube, bei mir war das ein relativ normaler Verlauf, würde ich sagen. Ich hatte relativ früh auch schon gut Kraft und eine gute körperliche Statur. Ich zeige dir einmal kurz die Wertung von Oliver Lewandowski nach. Eine 12,95 bei 4. Ich zeige dir einmal kurz die Wertung von Oliver Lewandowski nach. Ich zeige dir einmal kurz die Wertung von Oliver Lewandowski nach. Ich zeige dir einmal kurz die Wertung von Oliver Lewandowski nach. Ich zeige dir einmal kurz die Wertung von Oliver Lewandowski nach. Ich zeige dir einmal kurz die Wertung von Oliver Lewandowski nach. Untertitelung des ZDF, 2020